Fokussieren Von Norbert Reinwand In diesem Buch lernen Sie genau die Schritte kennen, mit denen hochproduktive Menschen konzentriert bleiben und mehr erledigen können. Sie erfahren, wie wichtig es ist, sich Ziele zu setzen, Ablenkungen zu minimieren und sogar Pausen einzulegen. Sie werden lernen, dass wir diejenigen sind, die die Kontrolle über unsere Zeit haben, nicht die Uhr, und dass wir Dinge tatsächlich nach einem Zeitplan unserer Wahl erledigen können. Behandelten Themen Vier Möglichkeiten, Technologie produktiv zu nutzen, Fünf Tipps, um konzentriert zu bleiben, Fünf Tipps, um konzentriert zu bleiben, Auch wenn Ihnen nicht danach ist, fünf Möglichkeiten, aufmerksam und konzentriert zu bleiben, erstellen Sie ein Arbeitsritual, um sich zu konzentrieren. So schaffen Sie die perfekte Umgebung, um konzentriert zu bleiben. So trainieren Sie Ihr Gehirn, konzentriert zu bleiben. Sollten Sie Single-Ai-Tasking oder Multitasking betreiben? Das beste Arbeitspause-Verhältnis laut Wissenschaft, was Sie in Ihrer Freizeit tun, bestimmt Ihre Produktivität. Zehn Tipps, um das Fokussieren zu steigern, um ein besseres Leben zu haben. Vier Möglichkeiten, Technologie produktiv zu nutzen Heute möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie Technologie produktiv nutzen können. Wenn Sie etwas über die Verbesserung der Konzentration lesen oder ansehen, ist einer der ersten Tipps, die Sie hören, das Ausschalten Ihres Telefons, Ihrer Geräte und anderer Technologien. Obwohl Technologie sicherlich eine große Ablenkung sein kann, gibt es Möglichkeiten, sie produktiv zu nutzen. Tatsächlich sind bestimmte Technologien darauf ausgelegt, die Produktivität zu steigern. Es scheint eine Verschwendung zu sein, diese Technologien völlig zu ignorieren. Man muss nur wissen, wie man die Technologie nutzt. Lass uns anfangen. 1. Setzen Sie Grenzen für Ihre Nutzung Am wichtigsten ist, dass Sie Ihrer Nutzung Grenzen setzen, wenn Sie die Technologie produktiv nutzen wollen. Wenn die meisten Leute empfehlen, Ihr Telefon und Ihre Geräte wegzulegen, liegt das daran, dass unproduktive Apps und Websites möglicherweise Ihren Namen rufen. Soziale Medien, Spiele und YouTube gehören zu den größten Ablenkungen und Zeitfressern. Selbst wenn Sie aus geschäftlichen Gründen Ihr Telefon nutzen, können diese unterhaltsamen Apps versehentlich Ihre Zeit und Konzentration verschlingen. Um sicherzustellen, dass Sie keine ablenkenden und unproduktiven Anwendungen nutzen, können Sie festlegen, wann Sie darauf zugreifen dürfen. Gehen Sie einfach zu Ihren Einstellungen und klicken Sie auf die Option Bildschirmzeit. Legen Sie von dort aus Beschränkungen fest, wann Sie bestimmte Apps verwenden können. Für Laptops können Sie Zeitmanagement-Tools herunterladen, die Sie von bestimmten Websites fernhalten. Zweiter Verwenden Sie Timer oder Zeiterfassungsgeräte Die zweite Möglichkeit, Technologie produktiv zu nutzen, ist der Einsatz automatisierter Timer oder Zeiterfassungsgeräte. Eine der effektivsten Produktivitätstechniken ist die Pomodoro-Methode. Diese Methode beschreibt den Wechsel zwischen Arbeitszeiten und Pausen. Sie können einen automatischen Timer verwenden, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Zeit arbeiten und sich ausruhen. Sie können natürlich auch etwas so Einfaches wie den Wecker oder die Timmer-Funktion Ihres Telefons verwenden. Wenn Sie befürchten, Ihr Telefon überhaupt zur Hand zu haben, können Sie unzählige Apps und Tools herunterladen und in Ihren Laptop integrieren, um konzentriert und auf dem Laufenden zu bleiben. Dritten Zeitpläne und Kalender, um produktiv zu bleiben, ist es wichtig zu wissen, was Sie tun müssen und wann Sie es tun müssen. Früher nutzte man ausschließlich handgeschriebene Kalender und Terminkalender. Obwohl dies immer noch eine gute Möglichkeit ist, Ihre Zeit zu erfassen, können Sie Papier und Zeit sparen, indem Sie Online-Kalender oder Planungs-Apps verwenden. Diese digitalen Kalender verfügen über mehrere Funktionen zur Aufteilung Ihrer Zeit und Aufgaben. Sie können sie auch verwenden, um Ihre Produktivität zu verfolgen, was Ihnen dabei helfen kann, besser abzuschätzen, wie lange Sie in Zukunft für die Erledigung von Aufgaben benötigen werden. Vierte Vereinfachen Sie kleine Aufgaben Schließlich besteht die letzte Möglichkeit, Technologie produktiv zu nutzen, darin, kleine Aufgaben zu vereinfachen. Es gibt unzählige kleine Dinge, die Arbeiter jeden Tag tun müssen. Viele Technologien sind darauf ausgelegt, unnötige Schritte zu vermeiden. Sie können beispielsweise automatische Erinnerungen, E-Mails oder eine Vielzahl anderer Funktionen einrichten. Durch die Vereinfachung einer kleinen Aufgabe sparen Sie nicht viel Zeit. Im Gegensatz dazu wird sich die Vereinfachung mehrerer kleiner Aufgaben jeden Tag schnell summieren. Dies kann Ihnen helfen, sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Abschließende Gedanken, wie Sie sehen, ist Technologie nicht ganz schlecht. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, wie Sie konzentriert und produktiv bleiben können. Allein durch das Setzen von Grenzen und den Einsatz bestimmter produktiver Tools kann Technologie Ihren Arbeitstag erheblich erleichtern. 5 Tipps, wie Sie konzentriert bleiben, auch wenn Sie keine Lust dazu haben Ich denke, wir alle hatten diese Tage. In diesem Tutorial verrate ich Ihnen 5 Tipps, wie Sie konzentriert bleiben, auch wenn Sie keine Lust dazu haben. Lasst uns gleich einsteigen. Erste Machen Sie eine Pause, ich weiß. Das hört sich vielleicht nicht intuitiv an, aber eine der besten Möglichkeiten, Ihre Produktivität zu steigern und Ihre Konzentration aufrecht zu erhalten, besteht darin, einfach eine Pause einzulegen. Wenn Ihr Gehirn Schwierigkeiten hat, bei einem Thema zu bleiben, liegt das entweder daran, dass Ihnen etwas im Kopf herumschwirrt, oder Sie sind müde. Machen Sie mehr Pausen, damit Sie tagsüber neue Energie tanken können. Anstatt nur dann Pausen einzulegen, wenn Sie sich müde fühlen, planen Sie Pausen in Ihren Tag ein. An einem normalen Tag sollten Sie alle 25 Minuten eine 5-minütige Pause einlegen, etwa alle anderthalb Stunden eine 30-minütige Pause. An den Tagen, an denen es Ihnen schwerfällt, konzentriert zu bleiben, planen Sie alle 25 Minuten eine 10-minütige Pause oder alle 20 Minuten eine 5-minütige Pause ein. Zweit Tanken Sie auf, nutzen Sie die Pausen als Gelegenheit, Ihrem Körper die Energie zu geben, die er braucht. Wenn Sie müde oder gestresst sind, braucht Ihr Körper Nahrung und Wasser, um aufgeladen und mit Energie versorgt zu bleiben. Halten Sie komplexe Kohlenhydrate, Fett oder Eiweiß sowie viel Wasser bereit, wenn Sie eine Pause brauchen. Zusätzlich können Sie mit kleinen Dosen Koffein neue Energie tanken. Studien haben gezeigt, dass die Einnahme kleiner Mengen Koffein über den Tag verteilt und dazu beitragen kann, Ihre Konzentration und Produktivität zu steigern. Trinken Sie jedoch nicht zu viel, sonst könnten Sie nervös werden. Dritten Erinnern Sie sich an Ihre Absichten. Manchmal muss man sich nur daran erinnern, warum man überhaupt arbeitet. Erinnern Sie sich an Ihre Absichten und Ziele, damit Sie sich daran erinnern, warum Sie auf dem richtigen Weg bleiben und Ihren Drang durchkämpfen müssen. Erinnern Sie sich insbesondere an kurzfristige und langfristige Ziele. Kurzfristige Ziele können das Problem dringlicher machen, während langfristige Ziele die alltägliche Aufgabe relevanter für Ihre zukünftigen Wünsche machen. Vierte Holen Sie sich einen Ablenkungsblocker, das Beste an der Technologie ist, dass es heutzutage für fast alles eine App gibt. Wenn es um Produktivität geht, können Sie Apps verwenden, die speziell darauf ausgelegt sind, Ablenkungen zu blockieren, wie Z. B. Bestimmte Apps oder Websites Ein Ablenkungsblocker stellt sicher, dass Sie sich nicht jedes Mal, wenn Sie beruflich online gehen, auf einer Hasenspur im Internet wiederfinden. Fünfte Arbeiten Sie entsprechend Ihrer Energie. Der letzte Tipp, um produktiv und motiviert zu bleiben, ist schließlich entsprechend Ihrer Energie zu arbeiten. Wenn sich Ihr Körper wirklich müde und erschöpft anfühlt, gibt es dafür einen Grund. Hören Sie auf Ihren Körper und überfordern Sie ihn nicht, wenn er sich zu müde fühlt. Stellen Sie umgekehrt sicher, dass Sie in den Zeiten hart arbeiten, in denen Sie sich motiviert und einsatzbereit fühlen. Dies wird Ihnen helfen, Ihre Arbeit zu erledigen, wenn Sie tatsächlich die Energie dafür haben. Abschließende Gedanken, auch wenn es leicht sein kann, aufzugeben, wenn man den Fokus verliert, ist es wichtig, hartnäckig zu bleiben und die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass man in Kontakt bleibt. Probieren Sie einen der Tipps aus diesem Tutorial aus, wenn Sie das nächste Mal das Gefühl haben, dass Ihre Gedanken bei der Arbeit abschweifen. Fünf Tipps, um konzentriert zu bleiben In diesem Tutorial verrate ich Ihnen fünf Tipps, wie Sie konzentriert bleiben. Ganz gleich, ob eine große Deadline ansteht oder Sie mit den Kindern streiten, Sie werden wahrscheinlich viel Konzentration brauchen. Auch wenn Konzentration für die meisten Menschen eine natürliche Herausforderung darstellt, gibt es einfache Techniken, die Sie in Ihren Alltag integrieren können, um Ihr Gehirn zu trainieren. Schauen wir uns ohne weitere Umschweife fünf Tipps an, um konzentriert zu bleiben. Erste Ablenkungen entfernen das Wichtigste zuerst Entfernen Sie zunächst alle Ablenkungen während der Arbeit. Dazu gehören soziale Medien, Ihr Telefon oder lästige Kollegen, die chatten möchten. Wenn Sie Ihre Ablenkungen nicht von Anfang an loswerden, wird es schwieriger, konzentriert zu bleiben. Tatsächlich kann es unmöglich sein. Von den Ablenkungen ist das Ausschalten Ihres Telefons die Wichtigste. Obwohl sich Telefone hervorragend für die Kommunikation eignen, können sie schnell zu einer Zeitverschwendung werden. Ich empfehle Ihr Telefon während der Arbeit in den »Bitte nicht stören« Modus zu schalten, um konzentriert zu bleiben. 2. Trinken Sie Kaffee in kleinen Dosen Es gibt einen Grund, warum so viele Menschen morgens gerne eine Tasse Kaffee trinken. Es hilft, Körper und Geist für den Tag aufzuwecken. Anstatt über den Tag verteilt eine große Menge Kaffee zu trinken, versuchen Sie, Kaffee in kleinen Dosen zu trinken. Studien haben gezeigt, dass das regelmäßige Trinken von etwas Kaffee über den Tag verteilt, die Konzentration verbessert. Wenn Sie jedoch zu viel Kaffee trinken, führt dies zu Nervosität und Ängsten. Trinken Sie Kaffee oder ein anderes koffeinhaltiges Getränk nur in kleinen Dosen, um konzentriert zu bleiben. 3. Setzen Sie sich Ziele Ziele sind eine großartige Möglichkeit, sich auf Ihre Prioritäten und Aufgaben für den Tag zu konzentrieren. Versuchen Sie jeden Morgen eine Liste mit den wichtigsten Tageszielen zu erstellen. Setzen Sie sich vor allem konkrete und zeitgebundene Ziele, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben. Vielleicht möchten Sie die SMART-Zielmethode ausprobieren. SMART ist ein Akronym, das versteht spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden, wenn Sie diese Funktionen in Ihre Ziele integrieren, werden diese klarer und einfacher zu erreichen. 4. Gönnen Sie sich eine Pause Ein weiterer Tipp, um konzentriert zu bleiben, ist sich jeden Tag eine Pause zu gönnen. Wenn Sie zum ersten Mal etwas über Methoden der Gedankenfokussierung lernen, werden Sie wahrscheinlich etwas über die Pomodoro-Technik lernen. Bei der Pomodoro-Technik geht es darum, wie Sie auf der Grundlage eines Arbeits- und Pausenplans arbeiten sollten. Beginnen Sie damit, 25 Minuten am Stück zu arbeiten. Wenn diese 25 Minuten abgelaufen sind, machen Sie eine 5-minütige Pause. Machen Sie sich nach der 5-minütigen Pause wieder für 25 Minuten an die Arbeit. Wiederholen Sie dies 4 Mal. Machen Sie nach der 4. Arbeitssitzung eine Pause von 20 bis 30 Minuten und beginnen Sie von vorne. Der Zweck dieser Technik besteht darin, Ihnen zu helfen, bei der Arbeit konzentriert zu bleiben, Ihrem Gehirn jedoch Zeit zum Entspannen zu geben. Mit anderen Worten, die Arbeit wird in überschaubare Abschnitte aufgeteilt. Fünfte Tanken Sie auf Essen ist unser Treibstoff. Wenn Ihr Körper nicht über den richtigen Treibstoff verfügt, wird es für Sie schwierig sein, konzentriert und voller Energie zu bleiben. Stellen Sie sicher, dass Sie den ganzen Tag über die richtige Ernährung zu sich nehmen, um konzentriert und bereit für die Arbeit zu bleiben. Komplexe Kohlenhydrate, gesunde Fette und mageres Eiweiß sind die besten Lebensmittel, um konzentriert zu bleiben. Zu den besten Lebensmitteln, die man den ganzen Tag über essen kann, gehören Beeren, Blattgemüse, fetter Fisch, Walnüsse und Tee oder Kaffee in Maßen. Abschließende Gedanken wie Sie sehen, ist es mit diesen 5 Tipps relativ einfach, die Konzentration zu verbessern. Seien Sie einfach freundlich und geduldig mit sich selbst und Sie sollten in kürzester Zeit Ergebnisse sehen. 5 Möglichkeiten aufmerksam und konzentriert zu bleiben Hallo! Heute möchte ich Ihnen 5 Möglichkeiten vorstellen, achtsam und konzentriert zu bleiben. Viele Studien haben gezeigt, dass das Üben von Achtsamkeit eine großartige Möglichkeit ist, Ihr Gehirn zu trainieren, konzentriert zu bleiben. Wenn Sie sich sowohl auf Achtsamkeit als auch auf Konzentration konzentrieren, kann Ihr Tag reibungsloser, produktiver und weniger stressig verlaufen. Lass uns anfangen. 1. Einzelaufgabe Viele Menschen machen den Fehler, den ganzen Tag über Multitasking zu betreiben. Obwohl Multitasking in bestimmten Fällen von Vorteil ist, sollten Sie es nach Möglichkeit vermeiden. Unser Gehirn ist nicht in der Lage, sich voll und ganz auf mehr als einen Gegenstand oder eine Aufgabe gleichzeitig zu konzentrieren. Versuchen Sie es mit Einzelaufgaben statt Multitasking. Wenn Sie sich jeweils auf einen Gegenstand konzentrieren, können Sie die gesamte Energie Ihres Gehirns in diese einzelne Aufgabe stecken. Dadurch erledigen Sie Ihre Arbeit besser und die Aufgabe wird in der Regel weniger Zeit in Anspruch nehmen. Ganz zu schweigen davon, dass Sie sich voll und ganz in den Prozess einbringen können, wenn Sie sich jeweils nur auf eine Aufgabe konzentrieren. Es hilft Ihnen, aufmerksam zu bleiben, weil Sie tatsächlich darüber nachdenken können, wie Sie sich bei einzelnen Aufgaben fühlen. Mit anderen Worten, Einzelaufgaben schaffen eine Umgebung, in der man vollständig in die Gegenwart eintauchen kann. 2. Schalten Sie Ablenkungen aus Die Moderne ist voller Ablenkungen. Wenn es nicht Ihr Telefon ist, das klingelt, gibt es wahrscheinlich wirklich störende Geräusche, sei es vom Verkehr draußen oder vom Fernseher. Um konzentriert und aufmerksam zu bleiben, müssen Sie lernen, Ablenkungen auszuschalten oder auszublenden. Stellen Sie vor allem sicher, dass Sie alle Geräte ausschalten, während Sie versuchen, konzentriert und aufmerksam zu bleiben. Geräte ziehen Sie aus der Gegenwart heraus und machen es viel schwieriger, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Es kann eine gute Idee sein, Ihr Telefon immer auf Nichtstören zu stellen, wenn Sie arbeiten. Versuchen Sie außerdem, Ablenkungen auszublenden, über die Sie nicht die volle Kontrolle haben, wie etwa einen bellenden Hund oder lauten Verkehr. Sie können dies erreichen, indem Sie klassische Musik auflegen oder in einen guten Kopfhörer investieren. Dritten. Visualisieren Visualisieren ist eine wirklich gute, achtsame und fokussierte Praxis. Wann immer Sie sich etwas vorstellen, führen Ihre Emotionen und Handlungen ganz natürlich zu den gewünschten Ergebnissen. Beginnen Sie Ihren Morgen mit der Visualisierung der wichtigsten Aufgaben des Tages. Durch die Visualisierung bestimmter Aufgaben werden Sie sich Ihrer Gedanken und Gefühle intensiver bewusst. Es wird Ihnen auch bewusster machen, wenn die Realität nicht mit Ihrer Visualisierung übereinstimmt. Vierte. Checken Sie bei sich selbst ein, eine weitere Möglichkeit, konzentriert und aufmerksam zu bleiben, besteht darin, den ganzen Tag über bei sich selbst zu bleiben. Wenn Sie bei sich selbst nachfragen, haben Sie die Möglichkeit, zu sehen, wie Sie sich fühlen und Ihrem Gehirn eine Pause zu gönnen. Achten Sie einfach alle paar Stunden auf Ihre Gedanken, Gefühle und Ihren Körper. Wenn Sie bei sich selbst nachfragen, wird Ihnen deutlich bewusst, wie Sie sich in der Gegenwart fühlen. Dies führt zu mehr Achtsamkeit. Gleichzeitig gönnt es Ihrem Gehirn Ruhe, sodass es sich danach besser konzentrieren kann. Fünfte. Erkennen Sie, wann Sie zu viel auf Ihrem Teller haben, endlich wissen Sie, wann Sie zu viel auf Ihrem Teller haben. Wenn Sie zu viele Aufträge oder Aufgaben übernehmen, ist es unmöglich, aufmerksam und konzentriert zu bleiben. Erkennen Sie Ihre Anzeichen dafür, dass Sie gestresst sind, damit Sie Nein sagen können, wenn weitere Aufgaben anfallen. Abschließende Gedanken. Wir hoffen, dass diese Tipps Ihnen dabei helfen, den ganzen Tag über aufmerksam und konzentriert zu bleiben. Denken Sie daran, dass die Bewältigung all dieser Aufgaben Zeit erfordert und es in Ordnung ist, wenn Sie sich zunächst herausgefordert fühlen. Erstellen Sie ein Arbeitsritual, um sich zu konzentrieren. Hallo. Ich möchte Ihnen ein großartiges Arbeitsritual vorstellen, das Ihnen helfen kann, den ganzen Tag über konzentriert zu bleiben. Tägliche Rituale und Gewohnheiten haben großen Einfluss auf unsere Produktivität und Konzentrationsfähigkeit. Durch ein Arbeitsritual können Sie sich besser konzentrieren und den Tag bewältigen. In diesem Arbeitsritual gibt es vier Dinge, die Sie jeden Tag tun sollten, um konzentriert zu bleiben. Schauen wir uns dieses Ritual an. Erste Schaffen Sie eine fokussierte Umgebung. Der erste Schritt in Ihrem Arbeitsritual besteht darin, eine konzentrierte Umgebung zu schaffen. Es ist fast unmöglich, konzentriert zu bleiben und sich auf die Arbeit zu konzentrieren, wenn die Umgebung voller Ablenkungen ist. Wenn Sie Ihre Umgebung ablenkungsfrei gestalten, kommen Sie besser zur Ruhe. Schalten Sie zunächst Ihr Telefon aus oder beschränken Sie den Zugriff auf Websites auf Ihrem Computer. Es gibt eine Reihe von Tools, Apps und Einstellungen, mit denen Sie steuern können, was Sie während des Arbeitstages auf Ihren Geräten sehen dürfen. Die Einschränkung ablenkender Anwendungen wie Instagram oder Facebook kann sehr hilfreich sein. Versuchen Sie außerdem, unnötige Geräusche zu vermeiden. Wenn Sie in einem Büro arbeiten, möchten Sie vielleicht die Bürotür schließen, damit Sie nicht von gesprächigen Kollegen abgelenkt werden. Investieren Sie bei Bedarf in Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Zweiter Priorisieren Sie die Aufgaben des Tages, sobald Sie Ihre fokussierte Umgebung geschaffen haben, gehen Sie Ihre To-Do-Liste durch und priorisieren Sie die Aufgaben für den Tag. Priorisieren Sie Aufgaben nach Dringlichkeit und Bedarf. Dadurch erhalten Sie einen klaren Überblick darüber, welche Aufgaben Sie erledigen müssen und welche Aufgaben Sie versäumen können, wenn Ihnen die Zeit ausgeht. Wenn Sie Ihre Aufgaben priorisieren, kann es hilfreich sein, zuerst die Aufgaben aufzulisten, vor denen Sie sich gefürchtet haben. Wenn Sie diese Aufgaben zuerst priorisieren, können Sie sie aus dem Weg räumen. Wenn Sie sie ständig hinauszögern, sind Sie möglicherweise zu müde, um Ihnen später am Tag die nötige Anstrengung zu geben. Dritten Setzen Sie sich Mini-Ziele, nachdem Sie Ihre täglichen Aufgaben priorisiert haben, setzen Sie sich Mini-Ziele. Diese Ziele helfen Ihnen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und geben Ihnen einen Zeitrahmen für jede einzelne Aufgabe. Machen Sie diese Ziele spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und terminiert. All diese Eigenschaften werden Sie bei der Bewältigung Ihrer Aufgaben auf Trab halten. Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine Ihrer wichtigsten Aufgaben an diesem Tag darin besteht, sich auf ein Telefoninterview vorzubereiten, das für 14 Uhr geplant ist. Ein großartiges Mini-Ziel für diese Aufgabe besteht darin, drei spezifische Punkte zu recherchieren, die Sie während des Anrufs vor 12 Uhr ansprechen möchten. So haben Sie auch Zeit, Ihre Punkte zu üben. Vierte Erstellen Sie einen Arbeitspausenablauf. Der letzte wichtige Aspekt Ihres Arbeitsrituals sollte schließlich ein hilfreicher Arbeitspausenablauf sein. Ein Arbeitspausenablauf ist eine Zeitmanagementfähigkeit, die Ihre Arbeitszeit in überschaubare Abschnitte aufteilt. Diese überschaubaren Abschnitte werden durch kurze Pausen getrennt. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise 30 Minuten lang arbeiten und anschließend eine 5-minütige Pause einlegen. Sie sollten einen Arbeitspausenablauf schaffen und diesen täglich einhalten. Wenn sich Ihre Konzentration verbessert, möchten Sie möglicherweise die Arbeitszeitintervalle verlängern. Abschließende Gedanken, nachdem Sie nun die vier wichtigen Schritte zum Erstellen eines effektiven Arbeitsrituals kennengelernt haben, ist es an der Zeit, es zu Ihrem eigenen zu machen. Fügen Sie weitere Schritte oder Funktionen hinzu, von denen Sie glauben, dass Sie Ihren Arbeitstag effizienter und produktiver machen. So schaffen Sie die perfekte Umgebung, um konzentriert zu bleiben. In diesem Tutorial erzähle ich Ihnen, wie Sie die perfekte Umgebung schaffen, um konzentriert zu bleiben. Auch wenn es wie ein unbedeutendes Problem erscheinen mag, wirkt sich der Ort, an dem Sie arbeiten, dramatisch auf Ihre Produktivität und Konzentration aus. Wenn Sie so konzentriert wie möglich sein möchten, müssen Sie die Umgebung, in der Sie arbeiten, verbessern. Hier sind einige Tipps, wie Sie die perfekte Umgebung schaffen, um konzentriert zu bleiben. 1. Schalten Sie Ablenkungen aus, Der erste Schritt zur Schaffung einer perfekten Arbeitsumgebung besteht darin, alle Ablenkungen auszuschalten. Dazu gehören Ihre Gedanken, Geräte und Geräusche, die von außerhalb Ihres Büros kommen. Indem Sie Ihren Arbeitsbereich zu einer ablenkungsfreien Zone machen, werden Sie einen großen Unterschied in Ihrer Produktivität bemerken. Offensichtlich ist so etwas wie das Ausschalten Ihres Telefons ziemlich selbsterklärend. Sie können es sogar in den Bitte-nicht-stören-Modus versetzen, sodass Sie Ihr Telefon in Notfällen weiterhin verwenden können. Dennoch würden Sie keine Ablenkungsbenachrichtigungen von Facebook, einem Spiel oder anderen unnötigen Dingen erhalten. Wenn es schwieriger ist, die Ablenkungen auszuschalten, versuchen Sie, etwas kreativer zu sein. Offensichtlich kann man mit einem gesprächigen Kollegen draußen fertig werden, indem man die Tür schließt. Wenn Sie das Sprechen immer noch hören können und es eine Ablenkung darstellt, legen Sie klassische Musik oder etwas anderes auf, um den Ton zu übertönen. Zweiter Bleiben Sie organisiert, Studien haben gezeigt, dass ein organisierter Arbeitsplatz einen produktiveren und konzentrierteren Tag fördert. Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich so organisiert ist, dass Sie den ganzen Tag über wissen, wo sich alles befindet. Wenn Ihr Schreibtisch derzeit nicht aufgeräumt ist, nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um den Bereich aufzuräumen. Entfernen Sie einfach alles, was Sie nicht brauchen, und schaffen Sie ein Ordnungssystem innerhalb der Schubladen. Günstige Speichermöglichkeiten finden Sie in einem Dollar Store. Versuchen Sie, im Laufe der Tage Ihren Schreibtisch so organisiert wie möglich zu halten. Dritten Machen Sie Ihre Ziele sichtbar, die meisten Menschen organisieren Ihre To-Do-Liste und Ziele im Kopf. Obwohl dies bei manchen Leuten funktioniert, ist es sicherlich nicht die effektivste Option, wenn Sie viele Aufgaben zu erledigen haben. Bringen Sie Ihre To-Do-Liste auf die nächste Stufe, indem Sie sie aufschreiben und gut sichtbar in Ihrem Büro platzieren. Platzieren Sie beispielsweise kurzfristige Aufgaben auf Ihrem Schreibtisch und aktualisieren Sie ihn täglich. Dies erleichtert das Markieren von Elementen aus der Liste. Für längerfristige Ziele können Sie ein dekoratives Poster anfertigen, das Sie an Ihrer Tür oder Wand aufhängen. Vierte Finden Sie heraus, welche Zeiten für Sie am besten funktionieren, jeder hat seine eigene bevorzugte Zeit zum Lernen und Arbeiten. Finden Sie heraus, welche Zeiten für Sie am besten sind, damit Sie während Ihrer produktivsten Stunden arbeiten. Das wirkt sich nicht zwangsläufig auf die Umwelt aus, macht aber einen großen Unterschied, wenn Sie zur Arbeit gehen. Je nachdem, welche Arbeitszeiten Sie bevorzugen, gestalten Sie Ihren Arbeitsbereich entsprechend. Beispielsweise möchten Sie möglicherweise ein Bitte-nicht-stören-Schild an Ihrer Tür anbringen, auf dem angegeben ist, wann Sie für ein Gespräch zur Verfügung stehen. Möglicherweise müssen Sie in Ihrem Büro auch zusätzliche Funktionen einrichten. Z. B. Lampen, wenn Sie tagsüber gerne früh oder spät arbeiten. Abschluss, wenn Sie das nächste Mal zur Arbeit gehen, schauen Sie sich Ihre Büroräume an und überlegen Sie, ob Sie zu mehr Konzentration führen oder Sie ablenken. Ein paar Änderungen an Ihrer Arbeitsumgebung können tatsächlich zu mehr Produktivität und intensiverer Konzentration führen. So trainieren Sie Ihr Gehirn, konzentriert zu bleiben. In diesem Tutorial werde ich Ihnen beibringen, wie Sie Ihr Gehirn trainieren, um konzentriert zu bleiben. Auch wenn das Gehirn kein Muskel ist, können Sie es trainieren, um konzentrierter und geschickter zu werden. Daher können Sie sich leichter auf sich selbst konzentrieren, indem Sie jeden Tag ein paar Gehirntrainingstechniken anwenden. Glücklicherweise sind diese Gehirntrainingstechniken in kleinen Mengen nicht so schwierig. Wenn Sie nur ein paar Änderungen in Ihrem Alltag vornehmen, wird es Ihnen immer leichter fallen, konzentriert zu bleiben. Werfen wir einen Blick auf einige dieser Gehirntrainingstechniken, damit Sie sie ausprobieren können. Erste Überachtsamkeit oder Meditation, Achtsamkeit und Meditation sind zwei Dinge, die ziemlich ausführlich untersucht wurden. Die meisten dieser Studien zeigen, dass Sie dazu beitragen können, dass Sie weniger Stress, Ängste und Grübeleien verspüren. Gleichzeitig können Sie Ihnen dabei helfen, Ihre Konzentration und Aufmerksamkeit zu verbessern. Um Achtsamkeit für die Konzentration zu üben, wählen Sie zunächst ein Ziel aus, auf das Sie sich konzentrieren möchten. Du kannst dich auf deinen Atem oder ein bestimmtes Mantra konzentrieren. Nehmen Sie dann eine bequeme Position ein und entspannen Sie Ihren Körper. Konzentrieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das ausgewählte Ziel. Wenn bestimmte Gedanken auftauchen, lassen Sie sie sanft los und fahren Sie mit der Übung fort. Machen Sie diese Übung zunächst fünf Minuten lang und bauen Sie Ihre Toleranz auf. Zweit Vermeiden Sie Multitasking. Manchmal muss man mehrere Prioritäten unter einen Hut bringen, um alles an einem Tag zu erledigen. Wenn Sie es vermeiden können, versuchen Sie Multitasking zu vermeiden. Es ist erwiesen, dass Multitasking unsere kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt, da unser Gehirn darauf ausgelegt ist, sich jeweils nur auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Um Ihr Gehirn zu trainieren, konzentriert zu bleiben, sollten Sie so oft wie möglich Einzelaufgaben erledigen. Das mag anfangs schwierig sein oder das Gefühl haben, dass es viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, aber auf lange Sicht wird es Ihnen von Vorteil sein. Wenn die gesamte Energie Ihres Gehirns für eine Aktivität aufgewendet wird, erledigen Sie diese Aktivität besser und schneller. Dritten Visualisieren Sie Ihren Tag, was wir über unseren Tag und unser Leben denken, beeinflusst die Realität. Immer wenn wir bestimmte Gedanken denken, führen diese Gedanken zu Gefühlen, Handlungen und Ergebnissen. Beginnen Sie Ihren Tag als Teil Ihrer Morgenroutine zu visualisieren, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Anstatt den ganzen Tag zu visualisieren, wählen Sie einige wichtige Aufgaben aus, auf die Sie sich konzentrieren möchten. Versuchen Sie, die Schritte durchzugehen, sich Ihre Gefühle und alles andere vorzustellen, was mit den Aufgaben zusammenhängt. Dies wird Ihnen helfen, sich auf diese Aufgaben vorzubereiten und Ihre Gedanken in die Realität umzusetzen. Vierte, fordern Sie sich selbst, zu Beginn dieses Tutorials habe ich erwähnt, dass Ihr Gehirn wie ein Muskel trainiert werden muss. Sie stärken einen Muskel dadurch, dass Sie sich bei jedem Training ein wenig weiter anstrengen. Das Gleiche sollten Sie auch mit Ihrem Gehirn tun. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Gehirn eine Pause braucht oder den Fokus verliert, versuchen Sie, den Fokus noch ein wenig länger zu steigern. Dadurch wird Ihr Gehirn besser in der Lage sein, sich zu konzentrieren, selbst wenn Sie müde oder abgelenkt sind. Abschließende Gedanken, auch wenn manche Menschen von Natur aus besser konzentriert bleiben können als andere, können Sie Ihr Gehirn trainieren, fokussierter zu bleiben. Versuchen Sie es mit Meditation, Einzelaufgaben, der Visualisierung Ihres Tages und der Anstrengung, die Konzentrationsfähigkeit Ihres Gehirns zu verbessern. Denken Sie daran, dass Sie während des gesamten Prozesses freundlich zu sich selbst sein müssen. Der Fokus wird nicht über Nacht entwickelt. Die ersten Tage, an denen Sie diese Techniken ausprobieren, können eine Herausforderung sein. Machen Sie weiter und seien Sie freundlich zu sich selbst, bis Sie die gewünschten Ergebnisse erzielen. Sollten Sie Single-A-Tasking oder Multitasking betreiben? In diesem Tutorial werde ich Ihnen beibringen, ob Sie Einzelaufgaben oder mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen sollten. Viele Leute behaupten, dass Sie gute Multitasker sind, aber das stimmt selten. Stattdessen sind die meisten Menschen sehr schlechte Multitasker, da unser Gehirn jeweils nur für die Bewältigung einer Aufgabe entwickelt ist. Daher sind die meisten Menschen bessere Single-Tasker. Dennoch fragen Sie sich vielleicht, ob es jemals Zeit für Multitasking gibt. Die Antwort ist nuanciert. Kommen wir nun zur Frage. Wann Sie Multitasking betreiben sollten, von Multitasking spricht man theoretisch, wenn man mehrere Aufgaben oder Fähigkeiten gleichzeitig erledigt. Nach Ansicht der meisten Experten gibt es jedoch kein Multitasking. Wir können immer nur eines tun. Daher sind die meisten Menschen Serientasker und keine Multitasker. Beim seriellen Multitasking springen Sie in schneller Folge von Aufgabe zu Aufgabe. Sie könnten also einen Teil einer geschäftlichen E-Mail eingeben, zum Lesen Ihres Telefons wechseln und dann zur E-Mail zurückkehren. In diesem Beispiel haben Sie die Aufgaben weder gleichzeitig erledigt, noch haben Sie sie gleichzeitig erledigt. Es gibt jedoch manchmal Fälle, in denen wir Multitasking betreiben. Sie können beispielsweise mit dem Auto fahren und gleichzeitig ein Lied mitsingen. Eine produktivere Form des Multitasking wäre das Hören eines Hörbuchs während der Fahrt. In einem solchen Szenario können Sie Multitasking betreiben, da sowohl Autofahren als auch Zuhören automatische Fähigkeiten sind. Mit anderen Worten, Sie können sie mit dem Autopiloten durchführen. Für Aufgaben, die nicht mit dem Autopiloten erledigt werden können, ist Multitasking nicht die produktivste Technik. Multitasking lässt Ihr Gehirn nur von Aufgabe zu Aufgabe springen, was dazu führt, dass Sie alle Ihre Aufgaben schlecht und willkürlich erledigen. Wann Sie Einzelaufgaben erledigen sollten, da Sie mit dem Autopiloten mehrere Aufgaben ausführen können, jedoch nicht, wenn Sie darüber nachdenken müssen, was Sie gerade tun, sollten Sie immer dann Einzelaufgaben ausführen, wenn die Aktivität Ihre Aufmerksamkeit und absichtliche Anstrengung erfordert. Wenn Sie in diesen Zeiten Einzelaufgaben erledigen, können Sie produktiver und konzentrierter sein und Ihre Leistung steigern. Angesichts der Tatsache, dass die meisten unserer Aktivitäten eine Absicht erfordern, sollten Sie den größten Teil Ihres Lebens nur eine einzige Aufgabe erledigen. Auch wenn dies zunächst anstrengend klingen mag, werden sich Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden sowie Ihre Produktivität erheblich verbessern, wenn Sie von einem Multitasking Lebensstil zu einem Single-Tasking Lebensstil wechseln. Schauen wir uns das Single-Tasking genauer an. Nehmen wir an, Sie haben bei der Arbeit mehrere Aufgaben vor sich. Anstatt zu versuchen, alle Aufgaben auf einmal zu bewältigen, erledigen Sie sie lieber einzeln. Erstellen Sie eine Prioritätenliste, um zu wissen, welche Aufgaben Sie zuerst erledigen möchten. Viele Leute empfehlen, mit der Aufgabe zu beginnen, die Sie am wenigsten erledigen möchten. Dadurch werden alle folgenden Aufgaben viel reibungsloser ablaufen. Sobald Sie Ihre Prioritätenliste erstellt haben, beginnen Sie damit, alle Punkte nacheinander zu erledigen. Fahren Sie nicht mit der nächsten Aufgabe fort, bis die Aufgabe, an der Sie gerade arbeiten, vollständig erledigt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie zwischen den einzelnen Aufgaben Pausen einlegen, damit Sie energiegeladen und optimistisch bleiben. Abschließende Gedanken alles in allem sollten Sie viel häufiger Einzelaufgaben erledigen als mehrere Aufgaben. Wann immer Sie arbeiten oder etwas Wichtiges tun, sollten Sie sich jeweils auf eine Aufgabe konzentrieren, um die Leistungsfähigkeit Ihres Gehirns optimal zu nutzen. Sie sollten nur dann Multitasking betreiben, wenn Sie den Autopiloten eingeschaltet haben, was selten vorkommt. Das beste Arbeitspause Verhältnis laut Wissenschaft In diesem Tutorial werde ich Ihnen das wissenschaftlich beste Verhältnis von Arbeit zur Pause beibringen. Wenn die meisten Menschen über Produktivität und Konzentration bei der Arbeit sprechen, konzentrieren Sie sich nur darauf, wann Sie tatsächlich arbeiten. Sie erwähnen nicht, dass Sie Pausen einlegen müssen, um den ganzen Tag über motiviert und konzentriert zu bleiben. Dennoch können sowohl zu viele als auch zu wenige Pausen ihre Leistung beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeitspause und Tagesablauf zu finden. Lassen Sie uns loslegen und lernen, wie Sie Pausen effektiver gestalten können. Warum Materie zerbricht, bevor wir uns mit dem richtigen Verhältnis befassen, sprechen wir darüber, warum es wichtig ist, Pausen einzulegen. Einfach ausgedrückt, unser Gehirn ist nicht darauf ausgelegt, ständig eingeschaltet zu sein. Laut Wissenschaft braucht unser Gehirn höchstens eine Stunde Arbeit, gefolgt von 15 Minuten Ruhe. Indem wir eine Struktur in unseren Arbeitszeiten schaffen, ist es weniger wahrscheinlich, dass wir uns von Versuchungen wie Facebook oder nicht arbeitsbezogenen E-Mails verführen lassen. Mit anderen Worten, Pausen geben unserem Gehirn Zeit zum Ausruhen, sodass wir während der Arbeitsphase voll konzentriert sein können. Die Pomodoro-Technik, obwohl Sie den Ansatz von einer Stunde an und 15 Minuten Pause durchaus ausprobieren können, werden Sie ihn anfangs wahrscheinlich als sehr herausfordernd empfinden. Sofern Sie nicht bereits auf Konzentration hingearbeitet haben, brauchen Sie wahrscheinlich mehr Pausen. Hier kommt die Pomodoro-Technik ins Spiel. Die Pomodoro-Technik gilt als eine der effektivsten Zeitmanagement-Methoden. Es ermöglicht Ihnen strukturierte Arbeits- und Pausenzeiten, sodass Ihr Gehirn in einen konsistenten, fokussierten Fluss gelangt. Dennoch ermöglicht die Pomodoro-Technik kürzere Pausen, die häufiger verteilt werden. Schauen wir uns diese Technik genauer an. Entscheiden Sie mit der Pomodoro-Technik, welche Aufgabe Sie zuerst erledigen müssen. Stellen Sie dann einen Pomodoro-Timer ein, wie lange Sie arbeiten möchten. Dieser Timer ist traditionell auf 25 Minuten eingestellt, Sie können die Zeit jedoch je nach Ihren persönlichen Vorlieben und aktuellen Fähigkeiten ändern. Arbeiten Sie, bis der Timer klingelt. Machen Sie dann eine Pause von drei bis fünf Minuten. Machen Sie sich nach Ablauf dieser kurzen Pause wieder an die Arbeit und stellen Sie den Timer erneut auf 25 Minuten. Wiederholen Sie diesen Vorgang viermal. Machen Sie nach der vierten 25-minütigen Arbeitssitzung eine längere Pause. Diese Pause sollte zwischen 15 und 30 Minuten betragen. Nach Ablauf der 30-minütigen Pause beginnen Sie von vorne, beginnend mit einer 25-minütigen Arbeitssitzung und einer 5-minütigen Pause. Es ist wichtig, dass Sie Ihre gesamte Arbeitszeit nutzen. Auch wenn die beschlossene Aufgabe erledigt ist, nutzen Sie diese Zeit, um die Aufgabe zu überprüfen oder Ihre bevorstehende Aufgabe zu planen. Steigern Sie Ihre Konzentration, wie ich bereits erwähnt habe, verwendet die Pomodoro-Technik traditionell Zyklen von 25 Minuten. Obwohl dies ein wirklich guter Ausgangspunkt ist, ist es wichtig, dass Sie versuchen, Ihre Konzentration zu steigern. Die Wissenschaft sagt uns, dass unser Gehirn eine Stunde lang optimal arbeitet. Diese Stunde sollte eingehalten und eine 15-minütige Pause eingelegt werden. Beginnen Sie mit dem traditionellen 25- Minuten-Zyklus. Wenn Sie sich daran gewöhnen, sich 25 Minuten am Stück zu konzentrieren, verlängern Sie die Arbeitszeit zwischen den Pausen. Sobald Sie in der Lage sind, sich eine Stunde lang zu konzentrieren, wissen Sie, dass Sie Ihre Konzentrationsfähigkeiten für eine optimale Arbeit aufgebaut haben. Alles in allem sagt uns die Wissenschaft, dass eine Stunde arbeiten und 15 Minuten ruhen die effektivste Methode ist, um produktiv und konzentriert zu bleiben. Nutzen Sie die Pomodoro-Technik, um Ihre Konzentration zu steigern. Was Sie in Ihrer Freizeit tun, bestimmt Ihre Produktivität. Heute werde ich mit Ihnen darüber sprechen, wie sich das, was Sie in Ihrer Freizeit tun, auf Ihre Produktivität auswirkt. Wenn die meisten Menschen davon sprechen, konzentriert und produktiv zu bleiben, betonen sie nur Aktivitäten, die bei der Arbeit erledigt werden oder bei denen man konzentriert sein muss. Was die Leute oft vergessen ist, dass die Art und Weise, wie Sie Ihr Leben außerhalb der Arbeit leben, auch großen Einfluss auf Ihre Konzentration und Produktivität hat. Werfen wir einen Blick auf vier wichtige Dinge, die Sie außerhalb der Arbeit tun müssen, um konzentriert zu bleiben. Erste. Tanken Sie richtig, unser Körper braucht gesunde Nahrung als Brennstoff. Wenn Sie Ihren Körper nur mit verarbeiteten Lebensmitteln, Zucker und einfachen Kohlenhydraten belasten, wird es für Sie schwierig sein, den ganzen Tag über konzentriert und produktiv zu bleiben. Stattdessen gehören komplexe Kohlenhydrate, Fette und Proteine zur besten Energiequelle. Diese verschiedenen Arten von Lebensmitteln sorgen dafür, dass Ihr Gehirn optimal funktioniert. Darüber hinaus dauert der Abbau länger, was bedeutet, dass Sie länger satt und energiegeladen sind. Achten Sie darauf, ein gesundes Frühstück, Mittag- und Abendessen zu sich zu nehmen. Halten Sie außerdem gesunde Snacks bereit, um sich zu stärken, wenn Sie bei der Arbeit hungrig werden. Zweiter. Wassertrinken zusätzlich zur Nahrung müssen Sie ausreichend Wasser trinken. Unser Körper besteht hauptsächlich aus Wasser. Wenn Sie nur Kaffee, Limonaden und zuckerhaltige Getränke trinken, nehmen Sie nicht nur zusätzliche Kalorien zu, sondern vernachlässigen auch die grundlegendsten Bedürfnisse Ihres Körpers. Sie denken vielleicht, dass Wasser keinen so großen Einfluss auf Produktivität und Konzentration hat. Das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Wasser hilft Ihrem Gehirn, so zu funktionieren, wie es sollte. Darüber hinaus kann Wasser manchmal Bählebänder sein, als eine Tasse Kaffee. Übung, um produktiv zu bleiben, müssen Sie außerdem regelmäßig Sport treiben. Sport sorgt dafür, dass Ihr Körper so funktioniert, wie er sollte. Es ist eine gute Idee, drei intensive Trainingseinheiten pro Woche durchzuführen. Wenn Sie derzeit überhaupt nicht arbeiten, dann beginnen Sie langsam und bauen Sie Ihre Ausdauer auf. Je mehr Sie trainieren, desto gesünder werden Sie. Dadurch arbeitet Ihr Gehirn höchstwahrscheinlich in Höchstform und hilft Ihnen, konzentriert und produktiv zu bleiben. Ein weiterer Vorteil von Sport ist, dass er Ihnen dabei hilft, besser zu schlafen. Vierte Schlafen Sie gut apropos Schlaf, stellen Sie sicher, dass Sie jede Nacht ausreichend schlafen. Schlafen gibt Ihrem Körper die Möglichkeit, sich neu zu starten und zu regenerieren. Wenn Sie nicht genug Schlaf bekommen, ist es Ihnen unmöglich, die Konzentration oder Energie zu haben, die Sie benötigen, um produktiv zu bleiben. Im Allgemeinen sollten Sie etwa acht Stunden Schlaf einplanen. Bestimmte Menschen benötigen möglicherweise mehr oder weniger eine Stunde, aber versuchen Sie, einen einheitlichen Schlafplan einzuhalten, egal wer Sie sind. Wenn Sie Sport treiben, schlafen Sie wahrscheinlich mehr. Darüber hinaus trägt der Verzehr sauberer Lebensmittel dazu bei, eine Zuckerüberladung vor dem Schlafengehen zu verhindern. Abschließende Gedanken alles in allem bestimmen einige der grundlegendsten Elemente Ihres Lebens, Ihre Produktivität bei der Arbeit. Dazu gehört, was Sie essen, was Sie trinken, wie Sie sich bewegen und wie Sie schlafen. Stellen Sie sicher, dass Sie keinen dieser Aspekte Ihres Lebens vernachlässigen, da dies zu einer Beeinträchtigung der körperlichen und geistigen Gesundheit und damit auch zu einer verminderten Produktivität führt. 10 Tipps, um das Fokussieren zu steigern, um ein besseres Leben zu haben Fokussieren bedeutet, sich voll und ganz auf eine Sache zu konzentrieren und sich nicht von anderen Dingen ablenken zu lassen. Fokussieren hilft uns, effizienter und produktiver zu arbeiten, mehr Wissen aufzunehmen, Stress zu reduzieren und unsere persönlichen Ziele zu erreichen. Doch wie kann man die Fähigkeit zu fokussieren, lernen und verbessern? Hier sind 10 Tipps, die dir dabei helfen können. 1. Sorge für eine geeignete Umgebung Um dich besser fokussieren zu können, brauchst du einen ruhigen, aufgeräumten und angenehmen Arbeitsplatz. Achte darauf, dass du genug Tageslicht, Frischluft und eine angemessene Temperatur hast. Vermeide Geräusche, Lichter oder andere Störfaktoren, die deine Aufmerksamkeit ablenken könnten. 2. Esse leicht und trinke viel Dein Gehirn braucht Nährstoffe und Flüssigkeit, um optimal zu funktionieren. Vermeide schwere oder ungesunde Mahlzeiten, die dich müde oder träge machen können. Trinke ausreichend Wasser oder ungesüßte Tees, um deinen Körper und dein Gehirn zu hydratisieren. 3. Mache regelmäßig eine Pause Du kannst dich nicht stundenlang ohne Unterbrechung fokussieren. Deine Konzentration nimmt mit der Zeit ab und du wirst anfälliger für Fehler oder Ablenkungen. Deshalb ist es wichtig, dir zwischendurch eine kurze Pause zu gönnen, in der du dich entspannst, dehnst oder etwas anderes machst, was dir Spaß macht. 4. Eliminiere Ablenkungen und Störfaktoren Eine der größten Herausforderungen beim Fokussieren ist es, sich nicht von den vielen Reizen um uns herum ablenken zu lassen. Dazu gehören vor allem unser Smartphone, das Internet, soziale Medien oder E-Mails. Schalte diese Quellen der Ablenkung aus oder lege sie beiseite, wenn du dich auf eine wichtige Aufgabe konzentrieren willst. Nutze gegebenenfalls Apps oder Programme, die dir dabei helfen, den Zugang zu diesen Seiten zu sperren oder zu begrenzen. 5. Trainiere deine Konzentrationsfähigkeit Fokussieren ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Je öfter du dich fokussierst, desto leichter fällt es dir. Du kannst deine Konzentrationsfähigkeit mit verschiedenen Übungen verbessern, zum Beispiel mit Meditation, Achtsamkeit oder Gehirnjogging. Diese Übungen helfen dir, deine Gedanken zu beruhigen, deine Wahrnehmung zu schärfen und dein Gedächtnis zu stärken. 6. Sorge für ausreichend Schlaf Schlaf ist essentiell für deine geistige Leistungsfähigkeit und dein Wohlbefinden. Wenn du nicht genug schläfst, bist du tagsüber müde, gereizt und unkonzentriert. Versuche daher, jeden Tag mindestens 7 bis 8 Stunden qualitativ hochwertigen Schlaf zu bekommen. Halte dich an einen festen Schlafrhythmus und vermeide es, vor dem Schlafengehen auf Bildschirme zu schauen oder Koffein zu konsumieren. 7. Gönne dir Bewegung und Ausgleich Bewegung ist nicht nur gut für deinen Körper, sondern auch für deinen Geist. Bewegung fördert die Durchblutung deines Gehirns, verbessert deine Stimmung und reduziert Stresshormone. Außerdem hilft dir Bewegung, dich von deiner Arbeit abzulenken und neue Energie zu tanken. Suche dir eine Sportart oder Aktivität aus, die dir Spaß macht und die du regelmäßig ausüben kannst. 8. Erledige unbeliebte Aufgaben zuerst Kennst du das Gefühl, wenn du eine Aufgabe vor dir herschiebst, weil du keine Lust darauf hast? Das nennt man Prokrastination oder Aufschieberitis und es ist ein großer Feind des Fokussierens. Wenn du eine unangenehme Aufgabe immer wieder aufschiebst, verlierst du Zeit und Energie und machst dir selbst Stress. Deshalb ist es besser, diese Aufgabe gleich als erstes zu erledigen und sie hinter dich zu bringen. Dann hast du den Kopf frei für andere Dinge und fühlst dich zufriedener. 9. Passe die Anforderung an deine Fähigkeiten an Um dich optimal fokussieren zu können, brauchst du eine Aufgabe, die weder zu leicht noch zu schwer für dich ist. Wenn die Aufgabe zu leicht ist, langweilst du dich schnell und verlierst das Interesse. Wenn die Aufgabe zu schwer ist, frustrierst du dich schnell und gibst auf. 10. Suche dir daher eine Aufgabe aus, die dich herausfordert, aber nicht überfordert, eine Aufgabe, die deinem aktuellen Wissens- und Fertigkeitsstand entspricht oder ihn leicht übersteigt. 11. Schreibe deine Gedanken und Pläne auf Manchmal fällt es uns schwer uns zu fokussieren, weil wir so viele Gedanken im Kopf haben, Ideen, Sorgen, Erinnerungen oder Tudos. Diese Gedanken lenken uns ab und verhindern, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren können. Eine einfache Lösung dafür ist es, schreibe diese Gedanken auf. Indem du deine Gedanken auf Papier bringst oder in ein digitales Notizbuch, schaffst du Ordnung in deinem Kopf und machst Platz für neue Informationen. 11. Fokussieren Fokussieren ist die Fähigkeit, deine Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aufgabe oder ein bestimmtes Ziel zu richten und Ablenkungen zu vermeiden. Es ist eine wichtige Fähigkeit für Lernen, Arbeit und Freizeit. Es gibt viele Dinge, die deine Konzentration beeinträchtigen können, wie Z. B. Ablenkungen wie Lärm, Licht oder Bewegung. Stress Müdigkeit Eine schlechte Ernährung Mangel an Bewegung Eine schlechte Schlafhygiene Wenn du Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren, gibt es einige Dinge, die du tun kannst, um deine Konzentrationsfähigkeit zu verbessern. Finde einen ruhigen Ort, an dem du ungestört arbeiten kannst. Beseitige alle Ablenkungen, wie Z. B. Dein Telefon, deinen Computer und den Fernseher. Setze dir realistische Ziele und brich große Aufgaben in kleinere, überschaubarere Aufgaben auf. Nimm regelmäßig Pausen, um dich zu bewegen und zu entspannen. Essen Sie eine gesunde Ernährung und schlafen Sie ausreichend. Üben Sie regelmäßig Konzentrationsübungen. Konzentration ist eine Fähigkeit, die Sie mit Übung verbessern können. Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie Ihre Konzentrationsfähigkeit steigern und Ihre Aufgaben produktiver erledigen. Hier sind einige zusätzliche Tipps, um sich zu konzentrieren. Schreiben Sie Ihre Gedanken und Gefühle auf. Dies kann Ihnen helfen, Ihre Gedanken zu sortieren und Klarheit über Ihre Gefühle zu gewinnen. Sprechen Sie mit einem Therapeuten oder Berater. Ein Therapeut kann Ihnen dabei helfen, Ihre Gedanken und Gefühle zu verstehen und Klarheit über Ihre Ziele zu gewinnen. Meditieren oder praktizieren Sie Achtsamkeit. Meditation und Achtsamkeit können Ihnen helfen, sich zu entspannen und Ihre Gedanken zu fokussieren. Nutzen Sie die Natur. Zeit in der Natur kann Ihnen helfen, Stress abzubauen und sich zu entspannen. Konzentration ist ein Ziel, das es sich lohnt, anzustreben. Wenn Sie sich konzentrieren können, können Sie Ihr Leben in die Hand nehmen und Ihre Ziele. Wie geht Meditation? Meditation ist eine Praxis, die es Dir ermöglicht, Deine Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment zu richten und Deine Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen zu beobachten, ohne Dich von ihnen zu identifizieren. Es gibt viele verschiedene Arten von Meditation, aber sie alle haben das Ziel, Dich zu entspannen, Deinen Stress abzubauen und Deine Konzentration zu verbessern. Hier sind die Schritte, wie Du meditieren kannst. Finde einen ruhigen Ort, an dem Du ungestört meditieren kannst. Setze Dich bequem hin oder lege Dich hin. Schließe Deine Augen und atme tief ein und aus. Konzentriere Deine Aufmerksamkeit auf Deinen Atem. Beobachte, wie Dein Bauch sich beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt. Wenn Deine Gedanken abschweifen, bringe sie sanft zurück zu Deinem Atem. Meditiere für 5 bis 10 Minuten oder so lange, wie es Dir angenehm ist. Wenn Du fertig bist, öffne Deine Augen und strecke Dich aus. Hier sind einige Tipps für die Meditation. Übe regelmäßig, um die Vorteile der Meditation zu maximieren. Sei geduldig mit Dir selbst. Es braucht Zeit, um die Meditation zu lernen. Wenn Du Schwierigkeiten hast, Dich zu konzentrieren, versuche es mit einer geführten Meditation. Es gibt viele verschiedene Arten von Meditation, also finde eine, die Dir Spaß macht und zu Dir passt. Meditation ist eine großartige Möglichkeit, Stress abzubauen, Deine Konzentration zu verbessern und Deine innere Ruhe zu finden. Es ist eine Praxis, die jeder lernen kann, egal wie alt er ist oder wie fit er ist. Handy-Apps zum Thema Fokussieren Es gibt viele Handy-Apps, die Dir dabei helfen können, Dich besser zu konzentrieren. Hier sind einige Beispiele. Forrest Diese App hilft Dir dabei, Dich von Deinem Telefon zu lösen, indem sie Dir Bäume wachsen lässt, wenn Du nicht auf Dein Telefon schaust. Je länger Du Dein Telefon nicht benutzt, desto größer werden die Bäume. Focus Keeper Diese App hilft Dir dabei, Dich auf eine bestimmte Aufgabe zu konzentrieren, indem sie Dir einen Countdown anzeigt. Du kannst auch Benachrichtigungen für bestimmte Apps deaktivieren und Zeitlimits für bestimmte Apps festlegen. Pomodoro-Timer Diese App hilft Dir dabei, Dich in 25-Minuten-Intervalle zu unterteilen, die von 5-Minuten-Pausen getrennt sind. Dieser Ansatz wird als Pomodoro-Technik bezeichnet. Calm Diese App bietet geführte Meditationen und Entspannungsübungen, die Dir helfen können, Dich zu entspannen und Deine Konzentration zu verbessern. Headspace Diese Apps können Dir dabei helfen, Dich besser zu konzentrieren und Deine Produktivität zu steigern. Es ist jedoch wichtig, sich bewusst zu sein, dass diese Apps keine Wundermittel sind. Sie können Dir nur dabei helfen, Dich besser zu konzentrieren, wenn Du Dich aktiv dafür entscheidest. Wenn Du Schwierigkeiten hast, Dich zu konzentrieren, solltest Du Dich an einen Arzt oder einen Therapeuten wenden. Sie können Dir dabei helfen, die Ursachen Deiner Konzentrationsprobleme zu verstehen und einen Plan zu entwickeln, um sie zu überwinden. Auf ein Ziel fokussieren Hier sind einige Tipps, wie Du Dich auf ein Ziel konzentrieren kannst. Setze Dir ein klares Ziel Was möchtest Du erreichen? Je genauer Du weißt, was Du erreichen möchtest, desto einfacher ist es, Dich darauf zu konzentrieren. Brich Dein Ziel in kleinere Schritte auf Wenn Dein Ziel zu groß erscheint, kann es entmutigend sein, sich darauf zu konzentrieren. Brich Dein Ziel in kleinere, überschaubarere Schritte auf, die leichter zu erreichen sind. Setze Dir Deadlines für jeden Schritt. Deadlines helfen Dir, fokussiert zu bleiben und Dich nicht von Deinem Ziel abzulenken. Mache Pausen Es ist wichtig, sich regelmäßig zu entspannen und zu erholen, auch wenn Du an einem Ziel arbeitest. Pausen helfen Dir, Deine Konzentration zu verbessern und Deine Motivation aufrecht zu erhalten. Feier Deine Erfolge Wenn Du ein Ziel erreicht hast, feiere Deinen Erfolg. Dies wird Dich motivieren, weiterzumachen und neue Ziele zu erreichen. Wenn Du diese Tipps befolgst, kannst Du Dich besser auf Deine Ziele konzentrieren und sie erreichen. Gesunde Ernährung für mehr Fokus im Leben Eine gesunde Ernährung ist wichtig für viele Aspekte Deiner Gesundheit, einschließlich Deiner Konzentrationsfähigkeit. Wenn Du Dich gesund ernährst, hast Du mehr Energie und kannst Dich besser konzentrieren. Hier sind einige Tipps für eine gesunde Ernährung, die Deine Konzentrationsfähigkeit verbessern kann. Iss viel Obst und Gemüse Obst und Gemüse sind gute Quellen für Vitamine, Mineralien und Antioxidantien, die wichtig für Deine Gehirnfunktion sind. Iss Vollkornprodukte Vollkornprodukte sind eine gute Quelle für Ballaststoffe, die Dir helfen, satt zu bleiben und Deinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten. Isst mageres Protein Mageres Protein ist wichtig für den Aufbau und die Reparatur von Zellen, einschließlich der Gehirnzellen. Trinke viel Wasser Wasser ist wichtig für die Funktion Deines Gehirns. Vermeide zu viel Zucker und Fett Zucker und Fett können Deine Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen. Iss regelmäßig Regelmäßige Mahlzeiten helfen Dir, Deinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten und Energie zu haben. Vermeide zu viel Koffein und Alkohol Koffein und Alkohol können Deine Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen. Wenn Du diese Tipps befolgst, kannst Du Deine Konzentrationsfähigkeit verbessern und Deine Gehirnfunktion optimieren. Pomodoro-Methode Die Pomodoro-Technik ist eine Zeitmanagement-Methode, die die Konzentrationsfähigkeit und Produktivität steigern soll. Sie wurde von Francesco Cirio in den 1980er Jahren entwickelt. Die Pomodoro-Technik funktioniert folgendermaßen. Setze Dir ein Zeitlimit von 25 Minuten. Konzentriere Dich während dieser Zeit auf eine einzige Aufgabe. Wenn die Zeit abgelaufen ist, mache eine kurze Pause von 5 Minuten. Nach vier Pomodoro-Intervallen, mache eine längere Pause von 20 bis 30 Minuten. Wiederhole die Schritte 1 bis 4, bis Du Deine Aufgaben erledigt hast. Die Pomodoro-Technik ist eine einfache und effektive Methode, um sich zu konzentrieren und produktiv zu sein. Sie kann für alle Arten von Aufgaben verwendet werden, von Hausarbeiten bis hin zu Projektarbeit. Hier sind einige Vorteile der Pomodoro-Technik. Sie hilft Dir, Dich auf eine einzige Aufgabe zu konzentrieren. Sie hilft Dir, Deine Zeit zu managen und produktiv zu sein. Sie hilft Dir, Pausen zu machen und Dich zu entspannen. Sie kann für alle Arten von Aufgaben verwendet werden. Wenn Du die Pomodoro-Technik ausprobieren möchtest, kannst Du Dir eine Pomodoro-App herunterladen oder einfach einen Timer verwenden. Es ist wichtig, die Technik regelmäßig zu verwenden, um die Vorteile zu maximieren. Hier sind einige Tipps für die Pomodoro-Technik. Wähle eine Aufgabe, die Du erledigen möchtest. Setze Dir ein Zeitlimit von 25 Minuten. Finde einen ruhigen Ort, an dem Du ungestört arbeiten kannst. Entferne alle Ablenkungen. Konzentriere Dich auf die Aufgabe. Wenn die Zeit abgelaufen ist, mache eine kurze Pause. Gehe zurück zu Schritt 1 und wiederhole die Schritte, bis die Aufgabe erledigt ist. Nimm nach vier Pomodoro-Intervallen eine längere Pause. Die Pomodoro-Technik ist eine einfache und effektive Methode, um sich zu konzentrieren und produktiv zu sein. Wenn Du sie regelmäßig verwendest, kannst Du Deine Produktivität steigern und Deine Ziele schneller erreichen. Schlusswort Weitere Bücher von Norbert Reinwand findest Du bei Amazon und bei HasenChat Audiobooks unter hasenchat.net Mit freundlichen Grüßen Norbert Reinwand Besuche uns auch bei Amazon Music und höre HasenChat Music kostenlos.